rangieren des intercity 20 82 20 84 sie fahren heute nur mehr eine kleine aufgabe und zwar müssen sie den intercity 20 82 an den intercity 20 84 ankoppeln und wieder an die lok ankuppeln sie stehen gerade im augsburger hauptbahnhof aktivieren sie die siefer und los geht die wilde fahrt zuerst zum haltepunkt ic 20 82 dort wenden und den gleis 7 am bahnhof einfahren zug ankoppeln und lok abkoppeln von dem zug danach wieder zum haltepunkt ic 20 82 dort bitte mit den letzten zwei wagen auf die markierung sobald der vorgang abgeschlossen ist fahren sie auf gleich 8 koppeln den ic 20 84 vorne dran mit den beiden garnituren an auf den haltepunkt auf lok rangieren kurz warten und dann wieder in den hauptbahnhof auf gleich 7 den zug an die lok dran koppeln so nun viel spaß und eine gute fahrt ja und damit ein hallo und ein herzliches willkommen zu einer neuen folge von train simulator 21 denn ich spiele das wir haben heute einmal wenig rangierarbeit zu leisten werden das natürlich nach bestem gewissen tun wollen jetzt erst mal das licht einschalten so gucken wir uns das ganze mal von draußen an stehen hier vor einem prellbock prüfen erstmal ob wir überhaupt ausfahrt haben dies scheint der fall zu sein wobei ich da vorne ein rufs signal sehen wir wollen in die richtung so 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 So, dann werden wir gleich mal anhalten. Ah, ein wenig weiter noch, ein wenig noch, so jetzt aber. So, dann werden wir gleich mal anhalten. Ah ja, da sehe ich schon in der Ferne unseren C stehen, an dem wir ankoppeln sollen. Dann werden wir das mal tun. Wir haben viel vor uns. Wir können schon mal alles abschalten und mehr oder weniger ranrollen lassen. Schon mal ein bisschen bremsen. Sind wir gleich zu schnell. Ach, das ist zu langsam. Aber jetzt sollten wir dann doch langsamer werden. So, das wäre soweit erledigt. Dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen abspeichern, weil das ist ja doch schon ziemlich komplex. Ah, wir fahren ja noch nicht drüber, wir fahren ja noch nicht drüber. Ach, wir haben glaube ich sogar grün jetzt. Ne, noch nicht. Was da jetzt so klappert, will ich denn nicht wissen. Warum haben wir halt überfahren verweigert, wenn wir grün haben? Schaffen werde ich das Szenario natürlich nicht, aber darum geht es auch mir jetzt im Moment überhaupt gar nicht. Es geht mir einzig und allein hier um den Spielspaß und ich denke der ist gegeben. Also, Herr von den Schmuck. Umm. Ja, dann muss ich nur noch mal. Ich bin einig. Ich bin einig. Also, ich bin einig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Halten Sie auf Lock an? Ist das jetzt die richtige Richtung oder nicht? Ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Versuchen wir es mal andersrum. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich dazu sagen. Ich muss mal eben stoppen und mal mir eben einen Überblick verschaffen. Wo ich jetzt genau muss. Also, ich bin hier. Wo bin ich denn? Da bin ich. Lass mich mal eben orientieren. Wo ist jetzt? Ach. Der ist da lang gefahren, also muss ich in die Richtung. Warum jetzt die Türen auf sind, will mir auch nicht in den Kopf. Moment mal. Halten Sie an. Bill 101. Was muss ich denn? Hier muss ich hin. Da ist die Aufgabe. Und ich bin hier. So, schauen wir, wie wir jetzt fahren. Okay. No. Untertitelung des ZDF, 2020